Hey Leute, willkommen zurück bei Let's Play Terraria. So, wir hangeln uns mal eben schnell hier hoch, bevor uns Zombies auf den Kopf fallen, denn das ist mir eben passiert, in der kurzen Zeit, wo ich hier Pause gemacht habe. Und das war gar nicht mal so viel Zeit, muss man ja mal dazu sagen. So, also wir graben uns hier mal schnell runter, Leute, und holen uns hier noch das letztliche, äh, das restliche Dämonite Ore. So, da drüben sehen wir dann auch noch ein bisschen was. Da grabe ich mich einfach mal hier durchführe. Dann haben die Gegner dann auch ein bisschen schwerer zu uns zu kommen. Und ich mach jetzt trotzdem ein bisschen Licht. Ihr sollt ja nicht ganz im Dunkeln hier herumirren. Zack. Und ich weiß halt nicht, was es hier noch so alles zu entdecken gibt. Ich könnte mir halt vorstellen, dass es hier irgendwo doch noch ein paar fliegende Inseln und so gibt. Ich meine, wir könnten unseren Drecksturm ja einfach mal hier ein bisschen weiter bauen, oder? Obwohl, ach, jetzt ist es auch schon wieder Nacht. Und das in der Corruption ist immer so stressig, obwohl die Corruption ist ja hier dann gleich eigentlich auch zu Ende. Ich überlege gerade, ganz links, äh, ganz links beim Ozean, was hatten wir da noch? Mussten wir da noch mal hin? Gab es da noch irgendwas zu entdecken? Und die Harpien waren zu stark für uns. Ich bin mir nicht mehr sicher gerade. Oh Mann, ey. Ne, keine Ahnung. Ich weiß jetzt nicht mehr, ob wir die Harpien nicht besiegen konnten damals oder ob wir wieder gegangen sind, weil es einfach nichts gab dort an dieser Stelle. Ihr könnt es mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob wir dort noch irgendetwas hatten. Oh, jetzt kommt da doch noch einer. Nein, nicht darunter. Oh, das wäre so mies gewesen, ey. Dann hätte ich echt den Typen aber verprügelt. Na ja, machen wir auch so. Wenn er sich noch mal blicken lässt, kriegt er es mit unserem Laserschwert zu tun. Laserschwert, Laserschwert. Zack. So. Es ist schlimm, dass es immer so dunkel sein muss hier in der Nacht. Mann, Mann, Mann. Obwohl, Moment, wir haben doch hier den Orb of Light. Obwohl ich halt finde, der versorgt einen nicht so wirklich mit Licht. Ja, Glückwunsch. Ich finde, der ist ein bisschen dunkel. Aber gut, besser als gar nichts. Von daher nutzen wir den jetzt einfach mal, dass er uns ein bisschen Licht zumindest spendet. Und ich glaube, das wird wir hier gerade machen. Bringt uns mal wieder gar nichts. Weil ich habe so das Gefühl, dass wir hier nicht mehr irgendetwas Neues entdecken werden. So, unser Dreck neigt sich langsam aber sicher auch dem Ende zu. So. Ja, da kommt noch ein Eater, ey. Die sind echt hartnäckig, muss ich ja mal sagen. Die sind schon lange, lange, lange aus der Corruption raus. Aber die Viecher kommen immer noch hinter uns her gedackelt. Die nehmen ihren Job noch ernst. Wenn die sich einmal auf die Fahne geschrieben haben, wir töten Grants, dann versuchen sie es wirklich immer und immer wieder. Auch wenn sie natürlich keinen Erfolg haben. So, hier habe ich nur noch Sand, aber hier habe ich noch mehr Dirt. Okay. So eine Scheißtreppe hier. Ich glaube echt, dass wir nicht sonderlich viel Erfolg damit haben werden, Leute. Aber probieren geht bekanntlich über Studieren. Nachher ärgern wir uns, weil wir hier irgendwas Tolles nicht mehr gefunden haben. Ich frage mich, wie hoch wir jetzt gerade schon wieder sind. Aber die Gravity verändert sich scheinbar noch nicht. Also wir können immer noch nur genau diese ganz normalen Sprünge machen. So. Boah, ist das Crank. Okay, gleich habt ihr es geschafft, Leute. Dann haben wir auch den letzten Stack an Dreck verbraucht. Und was haben wir entdeckt? Und was haben wir entdeckt? Gar nichts. Mann! Warum nicht? Spiel. Wir brauchen neue Items. Wir brauchen bessere Items. Wir wollen einfach toller werden und so weiter. Okay, Leute. Ich springe einfach mal hier runter. Mal schauen, was da dann so passiert. Ich denke mal, wir werden irgendwo im Dschungel landen. Vielleicht sogar auch noch in der Corruption. Wenn wir nicht weit genug gesprungen sind. Ja, wir sind im Dschungel gelandet. Na okay, dann lasst uns einfach mal hier so die Oberfläche vom Dschungel schon mal so ein bisschen ablaufen. Dann können wir schon mal so ein bisschen schauen, was es hier so gibt. Ob es irgendwie interessante Sachen zu entdecken gibt hier. Oder ob wir uns wirklich direkt in den Underground-Dschungel begeben sollten. Das wird sich alles zeigen. Na komm her. So. Blöde Viecher. Diese kleinen Zombies sind ja jetzt noch nicht so das große Problem. Oh. Was ist da? Ein normaler Mushroom. Okay. So, hier ist auch jetzt schon wieder ein anderes Ding. Oh, Moment. Das ist doch Eisen, oder nicht? So, hier ist der Dschungel jetzt scheinbar auch schon wieder zu Ende. Das ging ja doch recht schnell. Silber ist es sogar. Ja, dann werfe ich auf jeden Fall auch noch mal einen Blick. Oh, da ist eine Stinger. Da ist eine... Ach, du Heilige. Was will die denn? Geh weg. Boah, ey. Hör auf, mich zu nerven. Drecksvieh. So. Also hier hoch. Und dann... Oh, Leute. Der... Äh, der... Ne? Shit. Der Dungeon. Moment, habe ich da gerade noch eine Truhe gesehen? Ich bin mir nicht sicher. Aber ich meine hier... Ja, okay, super. Endlich habe ich auch mal eine Truhe entdeckt. Sonst hätte es nachher wieder geheißen. Nein, du hast die Truhe nicht gesehen. Du bist schwul. So, was ist hier drin? Oh, eine Goldmünze und... Marius' Helm. Den setze ich auf. Der ist cool. Wir nehmen natürlich das Gold auch noch mit. Und ja, auch die Truhe ist nicht sicher für uns. Und... Ich werde den Teufel tun, jetzt mich irgendwie mit Skeleton anzulegen. Allein schon, weil ihr es ja selber seht. Die Nacht ist schon so gut wie zu Ende. Ich werde aber trotzdem mal versuchen, hier hinter zu schauen, was auf der anderen Seite von dem Dingens los ist. Oh, da oben ist noch ein Schneebium. Jetzt habe ich keinen Dreck mehr. Das ist ja nicht normal. Aber wir haben hier noch ein bisschen Stoneblöcke. Dann nutzen wir die halt einfach. Warum auch nicht? Um uns hier so eine kleine Treppe rüberzubauen. Oh, da ist sogar eine Lampe. Okay. Keine Ahnung, was jetzt hier abgeht, Leute. Also, so ein Schneebium hatten wir im Let's Play bisher auch noch nicht. Hier sind, glaube ich, auch... Oh, der Baum geht ja mal wieder hoch. Ah, wer weiß, ob da... Oh, da ist eine Hütte! Was ist hier denn los? Wer wohnt denn hier? Moment, hier ist noch ein Schild. Snowglobe will probably work only on Christmas. Ah, okay. Also ist hier eine Weihnachtsmütze. Oh, geil, eine Weihnachtsmütze. Lustig. Ne, wir sind trotzdem eher Mario. Candycane-Blocks und... Oh, ha, ein Snowglobe. Damit müssen wir vorsichtig sein. Den darf ich jetzt nicht aus Versehen aktivieren. Ich weiß nicht, wofür das Licht ist. Das ist irgendwas für die elektrische Lichter da draußen. Ja. Okay, das geht dann, ja. Nicht, dass das jetzt hier alles explodiert oder so. Wer wird sowas denn bauen? Außer so ein verrückter Let's Player, der seine Welt zum Download bereitgestellt hat. Okay. Wir jumpen einfach mal hier runter. Und schauen, was passiert. Ich bin notfalls... Oh. Oh, Moment. Was habe ich denn da gesehen? Ich könnte mir vorstellen, dass das wieder... Ja. Okay. Das hat wieder darin geendet, dass da unten einfach nur Zacken sind. Das ist doch scheiße. Hm. Na gut. Wenn es so sein soll. So, ich stelle mal eben noch ein paar Demonite-Barren her. Ja. 14 Stück an der Zahl. Ja, das ist doch schon mal ein bisschen was. Und Silberbarren, einen. Yay. Wir sind reich. Ähm. Hier. So, das heißt, wir haben jetzt 28 Barren davon insgesamt. Und haben hier noch ein bisschen Demonite über. Oh, das sollte sogar reichen noch für einen weiteren Block. Äh, ich mache einfach mal einen Quickstack so. Ähm. Ja, reicht sogar noch für einen Block. Habe ich es doch gesagt. So, Quickstack. 29 Mal haben wir es jetzt also. Das gut, die guten alten Demonite-Barren. Und wir sollten hier hinten nochmal überall schön den Quickstack ausführen. So wie es sich gehört. Für jemanden, der Ordnung hält. Also nicht wir. So, die Shadow Chest packe ich dann auch mal hier hin. Und, ja. Was machen wir jetzt? Oh, den Snowglobe. Den würde ich gerne nochmal irgendwo einlagern. Wo nichts passiert mit dem. Und die Hüte könnten wir auch mal irgendwo lagern. Machen wir hier mal. So, ein paar Hüte. Und. Hier kommen auf jeden Fall die Sandteile wieder rein. Die Candy-Dinger können hier auch rein. Einfach mal ein Quickstack. So, die Appstone-Blöcke kommen hier auch mit rein. Und. Stone-Blöcke. Zack. Holz. Dreck. Ja, das sieht auch gut aus. Okay. Die Stinger würde ich gerne loswerden noch. Ähm. Die könnten hier mit rein. Genauso wie die Rotten Chunks. Und ansonsten. Ja, die Shadow Scales. Die muss ich eigentlich ja auch nicht mit mir herumschleppen, oder? Komm, die tun wir einfach mal mit hier rein. Ja, ich weiß nicht, ob ich jetzt noch Metroid abbauen soll. Ich glaube, das lasse ich eigentlich eher, weil ich habe keine Verwendung mehr dafür. Aber wir könnten einen Helm ganz gut gebrauchen. Ich nehme noch mal eben kurz das Dämonite mit, was wir haben. Und frage Brad mal eben. Ne, wie hieß er noch mal? Luke. Genau, stimmt. Ich vergesse immer wieder. Dann fragen wir Luke mal eben. Was kann man da noch mal alles draußen machen? Ich habe es schon wieder vergessen. So. Oh ja, hier brauchen wir sogar recht viele Sachen. Für 15 bräuchten wir nur für den Helm. Das wäre eigentlich auch ganz cool. Und das ist sogar recht geil für Leute, die Nahkämpfer sind. Naja, das heißt, wir könnten uns doch eigentlich den Helm schon mal herstellen. Ja, was soll's. Warum nicht? Ja, schmeiß weg die Barren. Die brauchst du nicht mehr. Lass sie einfach liegen. Da hast du keine Verwendung mehr für. Voll Idiot. So. Genau. Sehr schön. Dann haben wir jetzt zumindest auch noch mal ein bisschen Verteidigung durch den Helm. Dazu bekommen. Jetzt sind wir bei 13. Vorher waren wir nur bei 7. Okay, das ist schon mal eine ganz schöne Steigerung. Fast das Doppelte. Nur durch den Helm. Das muss man sich mal reinziehen, doch. Ja, ich denke, wir müssten noch mal gegen den Iter kämpfen, damit wir diese Rüstung kompletieren können. Aber ich brauche dafür Rotten Chunks. Und noch Vile Mushrooms, glaube ich. Wie viele Vile Mushrooms haben wir denn schon im Angebot? Vile Mushrooms 12. Das geht sogar. Aber nur noch drei Rotten Chunks. Okay, das heißt, wir sollten uns noch mal ein bisschen in die Corruption begeben. Denn wenn wir den Iter jetzt noch mal besiegt bekommen, dann könnten wir theoretisch vielleicht noch so uns zumindest eine weitere Sache aus dem Rüstungsset zusammenzimmern. Und das wäre doch schon was Feines. Dann haben wir... Sind wir noch ein bisschen stärker? Und haben ein bisschen mehr Rüstung. Und dann können wir uns auf jeden Fall, denke ich mal, schon ein bisschen sicherer im Dschungel bewegen. Vielleicht sollten wir auch mal das Auge bekämpfen. Das hat doch auch immer... Das droppt doch auch immer recht viel Dämonite. Fürs Auge, was... Ja gut, das Auge... Hm. Bin mir gerade nicht sicher, was das Auge nochmal benötigte. Auf jeden Fall brauchte das Auge diese Linsen, die die kleinen Dämonen-Augen ja droppen. Und keine Ahnung, was es noch brauchte. Ich weiß es nicht. Also wir müssen auf jeden Fall 15... Ähm... 15 Rotten Shunks hier noch finden. Damit wir noch einmal den Eater beschwören können. So, und jetzt hoffe ich mal einfach, dass die Gegner hier wieder zahlreich spawnen werden. Ja, komm doch her, du Feigling. So. Ja, müssen die nur noch Rotten Shunks droppen. Dann wäre ich glücklich. Ah, da schaut mal. Hier geht sogar noch... Hier ist noch ein bisschen Dämonite. Ich habe eigentlich keinen Bock, diese Viecher jetzt abzufarmen. Ey, das ist total witzlos. So. Dämonite nehmen wir natürlich mit. So, hier kommen wir jetzt schon in den Dschungel. Ah, der Dschungel ist, glaube ich, noch ein bisschen zu krass. Das haben wir ja schon gesehen. Da bräuchten wir nochmal eine Waffe. Eine bisschen stärkere Fernkampfwaffe. Ach Leute, ich gehe jetzt einfach mal hier runter. Und ich schaue mal, ob wir irgendwie da unten vielleicht sogar in die Dingens kommen. In die Hölle. Weil... Oh, was ist da? Oh, da ist noch eine Truhe. Moment. Ah, jetzt brauche ich hier ein bisschen Licht. Ja, schmeiß das Ding weg. Was? Habe ich keine... Oh, ich habe keine Fackeln mehr, oder wie? So, dann lass mich mal schnell ein paar Fackeln herstellen. Oh, ah. Gehe weg. So, da kommen die Fackeln hin. Was ist hier unter uns? Oh, das ist irgendein Material mal wieder, was ich nicht abbauen kann. Ah, das finde ich immer scheiße. So, okay. Was ist da unten jetzt los? Diese Truhe ist aber verschlossen, glaube ich, wenn ich das diesmal richtig sehe. Äh, Leute. Wie wäre es mit ein bisschen Licht? Gern geschehen. Ich mache doch gerne Licht an für euch. So. Warum sind die Truhen jetzt hier nicht mehr verschlossen? Ah, guck mal. Ich glaube, das ist dieses, äh... Dieser Rohstoff, der später im Hard-Mode dann spawned, oder? Kann das sein? Ey, geh kacken. Geh weg. Aber ich muss aufpassen, dass ich nicht wieder zu diesen komischen Truhen komme. Die mir wieder den Arsch aufreißen wollen. So, die Fackel nehmen wir mal mit. Packen dafür halt eine normale Fackel hier hin. Und was gibt's hier? Die Muskete. Geht doch. Dann würde ich mal sagen Loot All. Und die Truhe hier nehmen wir auch mit. Oh, da kommt wieder ein Wurm. So. Und wie es sich für Würmer gehört, stirbt er natürlich, sobald er sich uns in den Weg stellt. Okay. So. Hier unten sind noch ein paar, äh, hier Vasen. Die wollen wir natürlich auch nochmal zerstören. Und da sind eine Menge Eater. Das kommt mir sehr gelegen, denn... Oh, da ist noch eine Schwerz-Statue. So. Kommt mir sehr gelegen mit den Eatern, weil wir ja eigentlich auch die Rotten Chunks finden wollen. Featherfall Potion war da drin. Cool. So. Waren wir da unten schon mal, oder? Ja, da ist auf jeden Fall Licht. Und dort ist auf jeden Fall noch eine weitere Truhe. Und da können wir uns jetzt sogar auch hingraben, was wir natürlich direkt machen werden. Waren hier nicht... Leute, waren hier nicht diese anderen, diese kranken Viecher? War das nicht hier? Glaub schon. Scheiß Viecher, ey. Also hier sind sie scheinbar aber nicht jetzt mehr. Doch, die waren da hinten bei dem Wasser, ne? Da hinten, ja. Ich glaub, da hinten sind die. Oh, jetzt bin ich aber echt vorsichtig. Vielleicht ist das jetzt ja auch wieder eine Falle. Vielleicht ist das ja auch so eine böse Truhe. Ne, die kann ich ganz normal öffnen. Und hier ist der Ball-O-Hurt drin. Damit haben wir auch nochmal eine ziemlich starke Waffe jetzt bekommen hier. Den Boomerang können wir dafür mal wegpacken. Dann nehmen wir natürlich alles mit. Okay, ich glaub, da muss ich mich noch ein bisschen tiefer graben. Dass wir die... Hab ich nicht, Lut? Oh, doch, hab ich doch. Geht doch. Wo ist denn dein Problem, Junge? So, was ist jetzt hier los? Kommen die jetzt da wieder gespawnt gleich? Ey, ich hab echt Schiss, da reinzugehen, ne? Oh, da ist er. Ich wusste es. Ich wusste es doch. Ich glaub, diese Truhe spawnt die. Wie viel hat der? Oh, Mann, der hat echt sehr viel... Der... Oh, ne. Leute, das schaffen wir nie und nimmer. Das schaff ich nie und nimmer. Ne, ich hau ab. Der macht 70 Schaden an uns, ey. Und kriegt 4. Und der hat über 500... Also, der hat 500 Leben, ey. Wollen wir den denn besiegen? Das ist unmöglich. Okay, so. Hier baue ich jetzt mal runter. Oh, okay. Höllenfledermäuse. Ah. Oh, shit. Oh, shit. Shit, 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 shit. Moment. Oh, Gott. Da können wir auch noch nicht lang gehen. Da ist... Ah, da verbrennen wir uns die Pfoten noch. Boah, meine Güte. Aber der Feverfall Potion... Ah, ne. Der macht nur eine langsamere Fallgeschwindigkeit. Schade, schade, schade. Ich dachte, jetzt können wir uns da einen Spaß draus machen. Und... Oh, das war falsch. Nein! Da gehört die nicht hin. Ich dachte, jetzt können wir hier so geil rumfliegen. Das wäre natürlich sehr cool gewesen. So, ich hau noch mal ein paar Quickstacks hier raus. Jeweils bei den ganzen Sachen. Die Schwertstatue kommt hier hin. So, und dann machen wir hier noch mal einen Quickstack. Ach, geht nicht mehr. War ja auch nur die Truhen... Dingens. Die Truhen... Äh, die... Die Statutruhe. So. Okay, also, mein Inventar ist noch ein bisschen zugemüllt. Das müssen wir dann beim nächsten Mal noch ein bisschen, äh... Ja, korrigieren, möchte ich mal sagen. Die Muskete brauchen wir momentan eigentlich nicht. Da muss ich erst Musketenbälle kaufen. Das heißt, wir brauchen für den Arms-Dealer jetzt noch mal wieder ein neues Haus. So viel steht schon mal fest, Leute. Und ich würde einfach mal sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal hier an dieser Stelle wieder, wenn du Lust hast. Ich würde mich auf jeden Fall freuen und sage bis dann. Mach's gut. Ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020